guten morgen und hallo zu diesem ganz besonderen tag ich kann das nicht ernst nehmen die musik ist so entspannt ich wünsche euch einen schönen reformationstag denn wir wissen alle dass luther martin luther king annivata ist was anderes auf jeden fall martin luther 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 kom her ist das nicht irgendwie von superman einer auf jeden fall hat er richtig wichtig die katholische kirche verändert denn ihm war wichtig dass die menschen nicht ihre macht ausnutzen sondern von innen heraus gott lieben und so weiter und so fort alle die das jetzt nicht wissen für die habe ich jetzt ein besonderes horrorspiel ich mein besonderes spiel denn wir spielen martin luther auf der spur ein spiel das genauso spannend wie lehrreich ist bestimmt jetzt geh endlich ran klarer du hast doch nicht vergessen dass wir professor sterner helfen sollen noch objekte für die ausstellung über martin luther zusammen oder der sterner geht auch schon seit tagen nicht mehr ans telefon also bin ich jetzt ins archiv und schaue mal ob ich was finden kann aber ich könnte deine hilfe echt gebrauchen sonst schaffen wir das nie in einer woche mit der ausstellung und ich kann meine einzeln kurs vergessen willst du dass ich an einen anderen ort laufe oder mir etwas ansehe dann klicke auf eine stelle im archiv also wie thematisch dass wir diesen typen der unbedingt eins haben möchte und deshalb eine brille trägt also scheinbar sind studenten oder sowas und sie ist total anders sie ist nicht andere mädchen sie mag total ausgrabung und wenn dann lehrer seit tagen nicht an sein handy geht dann ist das auch in ordnung aber wie thematisch dass wir jetzt entscheiden können wohin läuft und was angucken möchte das heißt wir sind gott oder sind wir eine personifizierung von luther und wollen ihn dahin lenken uns ist nämlich sehr wichtig dass er wenn ein luther war ja eigentlich netter jetzt mal jetzt mal ganz ernst bevor er sich so viele auf den schlips getreten fühlen es wird trotzdem ein horrorspiel denn wir sind im keller mit einem typen mit brille der aussieht dass er die brille gleich aussieht und uns mit einer axt angreift aber und wir müssen sachen finden für eine aus für eine ausstellung auf jeden fall ich schlafe jetzt schon ein ich meine ich meine super interessant luther war aber so gesehen ja war einer wenn man es mal genau nimmt wenn wir es mal vergleichen mit zum beispiel luther war einer der heute gatekeeping betreiben im guten sinne sowie einige gamer heutzutage ein bisschen sauer sind darauf dass so viel müll in die gamerszene kommt und so kann man so sehen das heißt luther ich bin jetzt nicht ein und ich bin jetzt nicht ich unterstütze nicht das hobby das er macht nämlich katholische kirche aber ich unterstütze seine aussage dass dass man die kirche oder die macht die man hat nicht ausnutzen sollte so haben wir das auch noch mal geklärt luther hat auch gerne gegessen und zwar nur die guten sachen denn war nämlich mönch also hat er sehr viel getrunken und dabei geknuspert und zwar die kleinen fisch dinge kennt ihr diese fisch kekse die hat er super gerne gegessen so das ist und fun fact also wie heißt du noch mal wer bist du was ist hier los online es geht wieder zurück hier müssen darauf klicken das ist einfach oben kriegen wir irgendwas hallo du siehst aus ob die ganze auf den zehn spitzen hüpfst aber und die hose was das denn du 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 boink er sieht ja schon langweilig aus ne ich finde interessant wie er seine holen hosenstall offen hat scheinbar und da guckt was raus also da genau da ist das hemd dann nicht zugeknöpft es ist ein bisschen die jahre und locker und trotzdem weißt du erst ein bisschen 14 haus zerzauselt in den haaren da erst nicht so ein schlamm wie heißt das schleimlappen und hier haben wir so ein geiles geile holzfeil mit archiv drauf aber da drüber ist ein exe sein das ist gut not notausgang dingens ok guck mal hier ist überall ausgang ich möchte gerne den anker angucken luther wurde doch bestimmt mit dem anker da haben bestimmten einige gesagt wir müssen luther mit dem anker ins wasser werfen denn viele waren natürlich dagegen für diese reformation gegen diese reformation denn viele waren ja reich und mächtig das ist wie heute und die wollen natürlich nicht dass du machst eine gigantische maus ist die lebendig oder hängt die da einfach nur kann man die mitnehmen ich hoffe mal das ist nur eine etwas zu groß geratene maus und keine fiese gefressige ratte bist jetzt plötzlich so rassistisch was soll das denn ratten haben doch genauso ein anrecht aufs leben und an einem seltsamen was ist das überhaupt finden für ein regal ich finde das irgendwie cool das regal und gleichzeitig total schrecklich die haben doch das wenn es eine ratte ist die doch einfach im regal ein bisschen abhängen möchte lebt die noch kannst du mal hingehen und gucken mal mund zum mund beatmung mund zum maul beatmung nie warte mal hatten schnauze beatmung mund zu schnauze beatmung ich glaube das habe ich mal in dänemark in einem film gesehen ok so das war es wirklich die maus wirklich wollen wir können nichts anklicken hier außer die maus wo er gleich an zeigt dass er ein waschlappen ist naja ok eine tafel mc soll dass die römische zahl für 2100 sein oder sind das die coolen mädels und jungs die dieses spiel entwickelt haben das erste das erste ich meine spiel sieht gut aus dass die die jungs und mädels sind das jungs und mädels sowie als sind die das ist das bestimmten cool sind bestimmt cool aber vielleicht auch nicht so wirklich ganz cool nämlich wer für die katholische kirche ein spiel macht auf jeden fall das wahrscheinlich 2001 oder 22000 wie war das was war das 2100 ist egal das war alles ok dann gucken wir weiter gehen den sakophag und stirb sollte ich jetzt froh sein dass da keine mumie drin ist oder mir sorgen machen wie hoch ist unser unser intelligenzquotient hier von dem charakter wir sind ja gott also wir sind ja sowieso extrem dumm aber eigentlich wir müssen ihn spielen also sind wir nicht so dumm wie er wie heißt du wie heißt er noch mal peter so peter ohne passt ja ohne rücken ist einfach nur eine planke steht da auch so wie so ein wir finden ihn nett erst sehr sympathisch finden wir toll eine mumie wäre ganz blöd weil die mumie würde ja dann auch weiter verwesen ist wahrscheinlich stinkt das auch und ist zu gefährlich keine ahnung wir gucken mal weiter hier ist irgendwie ein traum fänger was ist das eigentlich für ein mülliges archiv und wird auch nie sauber gemacht wie scheint aber so viele unterschiedliche sachen auch also aus unterschiedlichen ländern was ist das hier sind wir im museum wir dürfen nichts ein banner ok da historisches museum ja wir sind museum scheint 100 jahre historisches museum 1897 bis 1997 na das passt ja hier sieht es auch aus als hätte man seit 100 jahren nicht mehr geputzt dankeschön wenigstens wenn er mal einer meinung und ist der banner über einem spiegel das finde ich unheimlicher als ein sakrophag gerade ein bisschen muss ich sagen aber der spiegel ist auch irgendwie cool und weiß nicht da habe ich das gefühl man sich davor irgendwie umzieht wird eine seele geklaut naja auf jeden fall scheinbar ist das 97 ich meine 97 lange her war bestimmt eine fette fette party war bestimmt richtig toll gucken wir mal dokumente im regal das findet natürlich interessant so siehst du auch aus ok schön staubig hier mit den ganzen alten büchern und blättern aber zu martin luther ist leider nichts dabei ich dachte jetzt kommt irgendwer hat asthma das wäre wieder so typisch weißt du nicht über martin luther oder müsste jetzt eine ausstellung oder du hast ein handy es gibt internet ok mal gucken der twist kommt bestimmt noch warum suchen wir in diesem alten also da war ja jetzt seit vielen jahren keiner mehr hier unten hier ist eine luke auf im boden ok da ist vielleicht die mumie drin warum suchen wir in diesem alten gemäuer danach meinst du hier drin ist irgendetwas was die welt katholische kirche noch nicht weiß wichtige stationen des mittelalters und der frühen neuzeit das ist also das buch das professor sterne geschrieben hat als er erst 30 war da war er schon der jüngste professor für geschichte in ganz deutschland nach flecks matsch mal sehen creepy dann müsste doch auch was zu luther drinstehen weiß sterner das nicht beginn der frühen neuzeit gelebt das hatten wir im seminar ok da ist was eine liste mit den wichtigsten stationen aus luthers leben gut vielleicht hilft mir das bei der suche nach objekten für die ausstellung hm was ist denn das da hinten in der lücke wo das buch war sieht wie ein schalter aus ein geheimen versteck hinter dem buch von sterner was wird denn das denn noch für eine geschichte voll voll spannend sterner ist in wirklichkeit luther deshalb konnte er das schreiben ne ne ganz ehrlich leute ich verstehe das zwar dass man immer noch heutzutage recherchieren muss ne um neues kennenzulernen bla bla ich weiß aber es ist ein bisschen wie so entdecker entdecker damals haben entdeckt heutzutage können wir nicht mehr viel entdecken es gibt google earth überall waren wir schon es ist ein bisschen langweilig der zug ist abgefahren indem wir zug fahren irgendwie sowas aber jetzt hier ein altes buch von deinem professor zu hat er das buch nicht selbst nö weißt du das ist so ein kack buch hat sich nicht verkauft ist unten im archiv ich habe selbst vergessen was luther so gemacht hat warum das wird uns helfen die artefakte oder was auch immer die ausstellungsstücke zu finden welche ausstellungsstücke müsste das nicht in dem weltausstellung oder sowas sein die katholische kirche ist so reich die werden aber bestimmt nicht sagen lass das mal in diesem deutschen museum oder wo auch immer vielleicht college nein warum nicht wenn man in filmen so einen verborgenen schalter findet dann wimmelt es da drum herum doch immer von spinnen und anderem ekligen krabbel zeugs da habe ich keine lust drauf gut er sieht auch so aus wie jetzt kommt die taffe frau natürlich man kann doch geschehen nur studieren indem man bücher darüber liest manchmal muss man sich auch die hände schmutzig machen um was rauszufinden aber zum glück macht deine beste freundin beste freundin also zeig mal was du da entdeckt hast natürlich natürlich beste freundin weißt du wie der aussieht und tut ist natürlich gleich gefriendzoned aber da haben wir es sie ist nicht wie andere Mädchen sie ist nämlich ein Junge ihr kennt meine Meinung Geschlechterrollen sind Bullshit aber gleichzeitig ist es genauso Bullshit die einfach nur umzuändern früher war es so ich spinnen und er lass mich das machen und jetzt haben sie es einfach umgedreht wo ich dann auch denke ja ok ist genauso lame aber ok haben wir Simon finde ich auch passt total also wir spielen jetzt sie Clara oder wie sie hieß Kira sie hat einen coolen Namen sie ist cool sie hat keine Angst sich dreckig zu machen trägt ihr Haar trotzdem cool ihre Hose ist langweilig ihr wisst schon Hosen sind sowieso total cool und ähm er Simon Simon alleine ok wollen wir mit ihm sie sie will gar nicht mit Simon reden weißt du sie ist lieber irgendwo und gräbt Sachen aus totes Zeug anstelle mit Simon noch eine Minute länger zu reden da greift sie sofort zum na gut hoffentlich löse ich nicht wieder einen Alarm aus wow wow äh äh ok einige Sachen das escalated quickly ähm erstmal hier ist Licht also war das muss ja in den letzten 50, 60 Jahren gewesen sein oder sowas äh what the fuck hier ist Licht ich habe die Falltür schon vorher gesehen ich hätte sie einfach aufgerissen oder sowas ist sie jetzt nicht unbedingt ne na dann wiederum man möchte einfach runterkommen besser als den Schlüssel immer mitschleppen zu müssen also verstehe ich wenn du denn die Möglichkeit hast einen Versteckenschalter zu machen ich bin all für äh neuer Faulheit aber um mal die Schlange im Raum anzusprechen what the fuck hat die was gefressen oder ist das so eine Klapper ne die Klapperschlange halt hinten was ist das auf jeden Fall haben wir ein Tape aber ich bin zu froh dass wir Simon nicht mehr spielen wir haben einen Koffer wir haben eine Schublade wusste der Sterner Professor davon sind die in Gefahr ne Box oh oh öffnet nicht die Box was steht da irgendwas mit 10 per 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 bla 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 irgendwas da im Hintergrund ist irgendwie was ausgedrückt einen alten den ersten Schriftzeichen hier Druckschriftzeichen dann haben wir hier ein Ventil Notizen und eine Schlange geh mal gleich hin du bist doch du bist doch die coole Frau die arme Schlange vielleicht hätte sie vor ihrer letzten Mahlzeit mal überlegen sollen ob sie danach noch durch das Loch passt na also sie hat wirklich was gegessen was Großes erstens was hat sie gegessen was jetzt unten so groß ist ist das die große Ratte zweitens ich weiß ich nerve mit meiner Logik aber mich nervt wenn jemand unlogisch ist so rum wie sie gerade da drin steckt und nichts rauskommt muss sie rückwärts rein gekrabbelt sein in das Loch oder sie hat was gefressen außerhalb wollte in diesen Raum rein ist durchgekommen aber dann gibt es kein Problem weil sie ist durchgekommen versteht ihr das funktioniert wenn wir das wenn wenn Kinder ihr Kopf durch irgendwas durch drücken und nicht wieder raus kommen oder sowas aber das macht keinen Sinn Schlangen können nicht rückwärts wenn dann würde sie vorwärts nicht rein passen egal mach das Ventil aufdrehe müsste wieder Wasser durchs Rohr laufen welches Wasser es klemmt welches Wasser ne ich weiß schon wir machen einfach mal die Schublade auf ich finde Schubladen toll oh schade Schubladen sind natürlich langweiliger wenn nichts drin ist da ist nichts drin warum warum macht ihr denn überhaupt Schubladen wenn nichts drin ist mach das Licht aus dann kannst du mit Simon vielleicht rum machen weißt du ihr beide dann so weißt du wenn das Licht aus ist ist Simon vielleicht ja ganz gut dann muss man ja nur für was ist denn das für ein komischer Koffer warum ist er mit einem Kabel an diesen Tisch angeschlossen eine Falle wir sind mit Jigsaw drin eurer Professor ist in Wirklichkeit Mörder ist immer gut sowas in deiner Nähe zu haben für alle Fälle ja Simon mit dir möchte man unbedingt ein Zimmer teilen die lässt sich nicht öffnen scheint wohl verschlossen zu sein scheint wohl ja Captain Obvious ja komm wofür brauchten wir das Wasser? egal die Handschrift kenne ich von irgendwo her von Liebesbriefen es ist doch die von Professor Sterner ich kann es immer noch nicht glauben aber der Tisch den ich in diesem Raum gefunden habe scheint wirklich eine Zeitmaschine zu sein die letzten Tage habe ich damit verbracht das verrostete Uhrwerk zu reparieren nach der alten Anleitung die im Tisch versteckt war und gestern leuchteten die Anzeigen im Koffer wieder jetzt muss ich nur noch herausfinden wie dieses Gerät aus der Schublade funktioniert in der Anleitung wird es Dimensionswellentransmitter genannt und es sieht auch aus wie eins der ersten Funkgeräte aber wenn die Anleitung die Wahrheit sagt kann dieser Transmitter eine einzelne Person an jeden beliebigen Ort in jede beliebige Zeit befördern nur eine Person das ist gefährlich ja oder Professor Sterner ist völlig verrückt geworden falls nicht dann müsste dieser Dimensionswellentransmitter von dem er schreibt doch hier irgendwo zu finden sein das haben sie aber leicht angenommen ich meine ich bin jetzt gerade ein bisschen das nervt mich gerade ein bisschen muss ich zugeben ich dachte das wäre ein bisschen realistischer aber wir reden von der katholischen Kirche da ist das Hirn sowieso schon durchgebrannt und daher die Brechstange nehme ich mal mit die könnte nützlich sein wenn ich die Brechstange benutzen soll dann öffne erst das Inventar indem du oben rechts auf das Zahnrad klickst jetzt kannst du die Brechstange anklicken und auf einen anderen Gegenstand im Raum ziehen um den Gegenstand zurück in das Inventar zu legen ohne ihn zu verwenden klicke mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle das geht wahrscheinlich nicht aber ok ok ich muss jetzt schon sagen die Synchronsprecher sind ziemlich gut es ist so typisch Hörspiel Synchronsprecher aber sehr nice sie macht alles Simon steht einfach nur in der Ecke so ist es auch gut so oh haben wir jetzt gerade waterboarden wir jetzt gerade die Schlange what the fuck ok doch ein Glück haben wir gerade die arme Schlange zum Kotzen gebracht Dimensionswellentransmitter und warum hat die Schlange den Dimensionswellentransmitter gegessen ne komm das lassen wir jetzt erstmal wir gucken jetzt erstmal hier was in der Box ist diese Truhe ist echt hartnäckig aber wahrscheinlich wurde sie auch dafür gebaut viel auszuhalten wahrscheinlich steht da irgendwas drauf von Transmitter 10 oder sowas dass man da Sachen reinpacken kann weil es diesen weil es diese Kammer hier schon vor vielen hundert Jahren gab ich weiß es nicht okay dann wollen wir dann nochmal anfangen so sieht also ein Dimensionswellentransmitter aus genauer gesagt ein Dimensionswellentransmitter voller Schlangenspucke bäh wollen wir das mal Simon zeigen hier ich habe den Transmitter sieht aus wie das Handy von meinem Opa aber ich glaube die Technik funktioniert noch dann lass uns diesen Transmitter doch gleich ausprobieren wir reisen in die Zeit von Martin Luther und kommen mit Objekten für die Ausstellung zurück damit könnten wir berühmt werden berühmter als der Professor ja aber wäre das nicht geschummelt mit einer Zeitmaschine ach das muss doch keiner wissen hast du nicht Lust mal zu erfahren wie es damals wirklich war nein das wird bestimmt ein großes Abenteuer na gut das hört sich echt spannend an aber wo wollen wir dann als erstes hinreisen warte ich habe hier doch das Buch von Professor Sterner mit den wichtigsten Stationen aus Luthers Leben fangen wir doch einfach ganz vorne an nein den 10. November 1483 dem Tag der Geburt von Martin Luther okay aber wer von uns macht dann die Zeitreise der Transmitter kann doch nur eine Person transportieren okay da sehen wir beide nochmal oh mein Gott guckt er smug dafür dass er so aussieht ne 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 mehrere Sachen die ich jetzt wieder zu kritisieren habe erstens ihr beide wollt nicht in diese Zeit es gibt verschiedene Gründe die Zeit ist sehr rau die Zeit ist nicht nett zu Frauen und nicht nett zu Waschlappen und vor allem nicht Wissenschaft also ihr wollt nicht dorthin zweitens warum die Geburt von Martin Luther das hat doch noch gar nichts mit gar nichts zu tun oder da bin ich mal gespannt wir lernen hier noch richtig was aber Isleben Trufkirche Taufkirche Eisleben warum ist das da Eisleben Taufkirche mit folgenden Code achso das ist jetzt unser Speichercode das ist doch schön das hält nämlich auch an sehr viel früher wo ist noch super Nintendo wenn sie keinen Speicher eingebaut haben schreckliche Spiele und da musste man sowas aufschreiben und ein paar Gameboy Advance Spiele hatten das auch ok drittens fünftens was auch immer mein Opa hatte so ein Handy dein Opa hatte so ein Handy dieses Spiel kam vor keine Ahnung jetzt sieben Jahren oder sowas raus ja sieben Jahren und dein Opa ok du ihr seid scheinbar dann irgendwie um die Jahrtausend Wende ihr seid ja dann scheinbar an der Uni oder sowas Ende der 90er geboren oder sowas dein Opa ist dann ja aber ne das macht überhaupt keinen Sinn solche Sprüche regen mich richtig auf weil sie immer so tun als ob irgendwas aus dem letzten Jahrzehnt plötzlich alt ist oder so jetzt kommt mal runter ihr wollt gerade nach 1483 ok wenn ich hasse Simon das dann nehmen wir die nehmen wir Kira und sie macht das einfach Hallo? Kannst du mich hören? Ist alles ok bei dir? Wo bist du gelasset? wie sie zwei Seiten gemacht haben krass wie das kribbelt im ganzen Körper als ob überall Ameisen wären Toll hätte nicht gedacht dass Zeitreisen so angenehm ist dann hat das also echt geklappt? du bist in der Zeit von Martin Luther? ich weiß nicht ich bin in einer Kirche aber sieht schon nach Mittelalter aus ja ich schau mich immer um dann kann ich dir mehr sagen alles klar wenn du mal Hilfe brauchst oder einen Rat dann klicke einfach auf den Transmitter um mich anzurufen es kennt er bestimmt Simon immer als letztes gewählt zu werden oder gar nicht dran zu kommen aber ähm erstens das war jetzt ziemlich viel Wissenschaft und Technik für ein katholisches Spiel zweitens ähm what? einfach nur so ja wir drücken einfach mal klick und warum hat der Sterner wenn es einfach nur um den Transmitter ging wie lange hatte die Schlange das im Maul die konnten das ja einfach mal so eingeben jetzt und machen und der arme Sterner ist seit Tagen verschwunden ah nee das macht keinen Sinn du hast eine Zeitmaschine du musst nicht seit Tagen verschwinden ähm was? wenn der jetzt irgendwie in der Zeit verschwunden ist oder so Beichtstuhl gleich Beichtstuhl was ich dem Pfarrer im Beichtstuhl erzählen könnte also bis jetzt noch nicht ja doch du lebst ich kenne mich genug aus Mensch sein ist eine Sünde oh Luthers Vater das weiß sie einfach Taufstein wie viele Kinder hier wohl schon getauft wurden und vor allem mit demselben Wasser? ja damals sind die einfach äh ganz viele einfach gestorben vor allem Kinder oder sowas also dieses romantische Denken von damals finde ich auch immer sehr gefährlich weil ich immer so denke nee früher gab es einfach Mortalitätsrate war viel höher schon vor 100 Jahren unsere Hygiene und alles ist ja erst im letzten Jahrhundert sehr groß geworden und daher davor sind einfach Leute gestorben einfach an Infektionen oder sowas ich könnte echt stundenlang zuschauen wie das Sonnenlicht die bunten Bilder zum Leben erweckt aber leider habe ich dafür jetzt keine Zeit stundenlang? ja die finde ich auch schön ich hatte ja auch Kirchen und sowas in meinem Leben aber zum Leben erweckt? okay du brauchst echt ein Hobby die Figuren in diesem Altarbild sind nicht gemalt sondern aus Holz geschnitzt vielleicht um sie hervorzuheben nein das in der Mitte ist glaube ich Maria mit dem Jesuskind aber wer ist dann die Frau neben ihr? was für eine wunderliche Frage wer könnte dies denn anders sein als die heilige Anna die Mutter unserer Jungfrau Maria die schützend ihre Hand über uns hält bei Geburt, Arbeit und Gewitter natürlich haben wir was dazu gelernt das wusste ich auch noch nicht weil ich bin evangelisch aufgewachsen und da haben wir also noch jemanden ich meine aus meiner Geschichte aus meiner Kindheit wurde ja Lilith auch rausgeschnitten einfach nur obwohl sie ein Teil der Geschichte ist und sowas die erste Frau der Existenz und jetzt wurde Anna einfach die Mutter von die kam mit Maria und Josef sind doch einfach rum und sie war schwanger und dann kam die Mutter von Maria kam mit und die ja ganz ich meine wie alt war waren war elf oder vierzehn irgendwie sowas und ich glaube vierzehn und dann muss Anna ja auch ganz schön jung gewesen sein weil früher wurden die Leute auch nicht so alt deshalb die Leute die sich mal aufregen oh Maria war so jung und so bla 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 ja weil mit dreißig sind die Leute oft gestorben oder sowas und musste man halt früh die Kinder machen Und jetzt wissen wir erst mal, dass sie Selbstgespräche macht laut, dass die alle ihre Sprache sprechen, was überhaupt keinen Sinn macht. Und, also nicht so in dem Sinne, und dass sie sehr clever ist, unsere Grabgräberin. Denn es ist nicht gemalt, sondern aus Holz, um vorzuheben. Ich kenne die aber, die sind sehr cool, diese Holzbilder in Kirchen. Aber ich kenne sie nicht als Altar vorne, sondern eher so in den Seiten. Die fand ich immer sehr cool. Der 3D-Effekt ist schön. Aber damals hatten sie ja auch sonst nichts zu tun. Dann haben sie gesagt, ach, ich will nicht malen, es ist so langweilig, es wird einfach übermalt. Ich mache jetzt aus Holz irgendwas. Und bis heute. Und er einfach spricht da rein und ist nicht sauer, sondern, was für eine seltsame Frage. Das weiß man doch heutzutage. Das ist wie Twitter heute. Wo bin ich hier? Welches Datum ist heute? Darf ich fragen, wer sie sind? Ich mache mich auf den Weg. Okay. Wir machen uns überhaupt nicht irgendwie verdächtig. Wo bin ich hier? Welches Datum ist heute? Wo bin ich hier? Und welches Datum ist heute? Ihr seid hier in der St. Petri Pauli Kirche zu Eisleben. Am 10. November Tage im Jahre des Herrn 1483. Wie Simon es eingestellt hat. Die Zeitmaschine funktioniert. Was habt ihr da gesagt? Äh, ach nichts. Sie sollte mal ihren Mund halten. Außerdem kommt sie wieder zurück. Und woher wussten sie, dass sie hier transportiert wird? Hierhin transportiert. Was für eine mächtige Zeitmaschine. Dann wiederum, du kannst immer nur alleine los. Wenn er jetzt wirklich irgendwo verloren ist, der seit ein paar Tagen der, es macht keinen Sinn, er kann nicht verloren gehen. Es ist doch scheinbar ja schon, weil die Zeit ja weitergeht. Sie kann sich ja mit Simon noch unterhalten. Das heißt, die Zeit muss gleichzeitig weiter fortgehen. Also er hat ja die Information, dass sie jetzt weg ist. Simon steht ja immer noch in diesem kalten Keller rum. Und hat eine Schlange irgendwo, die immer noch hungrig ist. Und der steht jetzt einfach da rum, während hier Kira, wie sie heißt, Mrs., ich habe eine Hautkrankheit, ich, oder ich esse zu wenig Vitamine, ich bin vegan oder irgend sowas, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall ziemlich ungesund aus. Und ich mache, ich male mir meine Augenbrauen. Kira, was soll ich jetzt sagen? Die macht ja jetzt ja was, während er da rumsteht. Das heißt, der Professor kann verschwunden sein und kommt einfach nicht wieder zurück. Das macht aber keinen Sinn, weil, egal. Darf ich fragen, wer sie sind? Ah, er ist in der Box. Er ist in der Box. Der hat sich einfach... Er ist die Mumie. Ich versuche einfach nur einen Twist rauszufinden. Darf ich fragen, wer sie sind? Darf ich fragen, wer sie sind? Mein Name ist Bartholomäus Rennbrecher. Ich bin der Pfarrer dieser Kirche und begleite meine Gemeinde von der Taufe über die Trauung bis hin zur Beerdigung. Ich stelle mir gerade so vor, wie die katholischen Kinder, für die das gemacht wurde hier, so richtig so sagen, Oh mein Gott, Patellomel, oh mein Gott, ich bin voll Fan. Ihr habt den reingebracht in das Spiel, voll cool. Also so richtig, so richtig, so wie andere Gamer sich freuen über bestimmte Sachen in ihren Spielen, freuen sie sich dann über, über, wie heißt der, Pflen, Pflenbreck, Pflennenebrett, Pflammbrett. Gesegnet sei dann eure Reise, wohin sie euch auch führen mag. Ich stehe hier auf dem kalten Platz und strulle in ein Glas. Wir haben mal sonst nichts zu tun, die Kanzel. Oh, wirklich. Es ist ja gut, wenn man von da oben spricht, aber hier sind mir zu viele Zuhörer. Zwei sind hier zu viele Zuhörer, introvertiert Matsch. Da haben wir Petrus und Paulus. Wir lernen was. Die Statue mit dem Schlüssel in der Hand muss Petrus sein. Steht da drunter. Damit soll er einem doch die Tür zum Himmel aufschließen. Also, wenn man da rein darf, dann ist der andere Heilige mit Schwert und Buch bestimmt Paulus. Kannst du nicht lesen? Da steht da drunter, Mädel. Sogar schön in lateinischen Buchstaben. Okay. Und guck mal hier. Sehr gefährlich, deshalb wird alles aus Stein gemacht. Nein, aber stimmt auch wieder. Stein war auf jeden Fall sicherer. Dann könnte man so ein paar Kerzen hinpacken und brennt nicht alles gleich ab. Trotzdem sind die Leute gestorben. Können wir weg? Ich will nicht mit dem Vater reden. Der sieht aus wie ein Verrückter. Oh nein. Was hat denn Luthers Vater damit zu tun? Oh, ich habe eine Frau geschwingelt. Toll. Okay, wollen wir mal gucken, wie wichtig der ist jetzt. Sind sie Anna? Weil die würde ich jetzt eher kennenlernen wollen. Vielleicht ist Anna nur mitgekommen, weil, äh, keine Ahnung, weil Josef, der war ja so alt, der brauchte vielleicht ein Zivi oder so. Warum seid ihr hier alleine in der Kirche? Warum sind sie hier alleine in der Kirche? Ich bin gekommen, um dem Herrn Dank zu sagen, dass er meiner Frau und mir heute einen Jungen geschenkt hat. Und ich wollte die heilige Anna um Rat bitten, auf welchen Namen wir unseren Sohn taufen könnten. Bisschen spät. Moment. Sind Sie am Ende etwa der Vater von... Mein Name ist Hans Luther aus Mörer, vom Geschlechter der Lüder. Aber woher wolltet ihr mich... Mörer, dürft ihr nicht mehr sagen. Ihr seht nicht aus, als wäret ihr im Bergbau tätig. Oder betreibt ihr etwa Handel mit dem Kupfer, den ich in meiner Mine abbauen lasse. Ähm, nein, ich... Ich bin hier nur auf der Durchreise. Ich lasse meine Frau zu Hause, mit ihren Blutungen alleine. Und mit dem Kind, das rumschreit. Denn ich wollte mich bei Gott bedanken. Das geht nur in der Kirche. Gott hört sonst nirgends zu. Das ist wie so ein Radio. Frequenz. Haben Sie schon eine Idee, wie Sie Ihren Sohn nennen wollen? Oh, ganz narzisstisch, einfach meinen eigenen Namen weiterführen. Haben Sie schon eine Idee, wie Sie Ihren Sohn nennen wollen? Nein. Aber vielleicht könntet ihr mir helfen, einen Namen zu finden. Ihr dürft nicht in die Vergangenheit ein. Wie wäre es mit Günther? Ich finde ja, King klingt gut. Eigentlich kommt doch nur Martin in Frage. Wie wäre es mit Bart? Ich meine, Pluspunkt, wenn das Spiel jetzt zulässt, dass wir die Zukunft ändern können. Ich finde ja, King klingt gut. King? Was soll denn das bedeuten? So einen Namen habe ich noch nie gehört. Stammte etwa aus fernen Landen. Ähm, ja. Könnte man so sagen. Aber vielleicht würde ein anderer Name doch besser passen. Nö. Nö. Darf ich nochmal King auswählen? Ich will jetzt, dass wir die Vergangenheit so ändern, dass er King Luther, weißt du? King Luther haut schon wieder irgendwelche Blätter an die Kirche. Och, kann mal jemand den King aufhalten? Wie wäre es mit Günther? Nee, Bart. Wie wäre es mit Bart? Oh, ist das jetzt ein Dragon Quest-Ding? Bart. Das gefällt mir. Das ist mal was anderes. Moment, das war jetzt nur ein Scherz. Aber leider ist der Name etwas kurz. Puh. Was? Das war knapp. Bart Luther. Martin Luther. Einfach nur... Wegen den Silben? Der ist etwas kurz. Ist das ein Wortwitz? Der Bart ist kurz? Okay, lassen wir es. Günther nimmt bestimmt nicht. Günther will ich auch gar nicht wählen. Eigentlich kommt da doch nur Martin in Frage. Martin? Warum sollte ich meinen Sohn so nennen? Spaced. Das ist eine gute Frage. Und ich hätte gerne eine gute Antwort darauf, bevor ich mich für diesen Namen entscheide. Weil sie mit Martin im besten Sex hatte. Ach so. Jetzt muss ich mit Simon reden oder was? Weil Simon auch zwei Silben hat. Simon, Martin, Luther. Wie heißt du nochmal? Luthers Vater. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ihr habt alle so Namen und ihr kommt aus komischen Ölstenhölzen und du heißt Flammweil oder irgend sowas. Ich kann mir das nicht merken und ich will es mir auch nicht merken. Ich habe nicht mal deinen Namen gemerkt. Ah, Kira. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich Luthers Vater davon überzeugen könnte, seinen Sohn auf den Namen Martin taufen zu lassen? Hm. Gibt es in der Kirche nicht einen Pfarrer, der dir sagen könnte, wie das damals mit dem Namen und der Taufe war? Und mehr lernen? Oh, geil. Ich dachte jetzt, ganz ehrlich, ich wollte gerade das Spiel ein bisschen loben, dass man Simon mal involvieren muss. Aber Simon ist wirklich jetzt gerade nur ein Hintgeber. Außerdem, warum kann man beide auswählen? Da mussten ja beide alle Texte einsprechen. Dann macht doch einfach, dass er sich nicht traut, Simon, und sagt, ich möchte lieber hier bleiben, ich helfe dir von hier. Und sie geht. Und, also, manchmal machen Spiele Arbeit, die nicht sein musste, und andere Spiele, wo ich sage, nein, die Arbeit hättet ihr euch machen müssen. Versteht ihr, was ich meine? Einige Spiele sind sehr, sehr faul und sagen, ah, wir konnten es nicht schaffen, dann hätten wir ja mehr Text schreiben müssen. Ah, nein, 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 nein. Oder aber, wenn es nicht sein muss, dann macht doch einen Charakter. Ich habe doch nichts dagegen, das Mädel zu spielen. Oder Simon, also entscheidet euch für einen, aber das war jetzt voll unnötig. Einfach nur, damit man ein Geschlecht auswählen kann. Ich meine, Entschuldigung, Bodytyp A und Bodytyp B. Aber, okay, dann wollen wir nochmal zum Priester gehen. Dafür ist er da. Wissen Sie vielleicht einen guten Grund dafür, sein Kind Martin zu nennen? Einen? Der heilige Martin war ein Vorbild in so vielen Dingen. Schon als römischer Soldat teilte er seinen Mantel, um einem frierenden Bettler zu helfen. Das ist aber nett. Und auch später, als Bischof von Thur, war er für seine Bescheidenheit und Barmherzigkeit bekannt. Deshalb werden wir seiner auch morgen wieder gedenken, wenn wir nach dem heiligen Kalender seinen Namenstag feiern. Okay, morgen, aber heute ist er geboren worden. Das ist ein bisschen dumm. Das ist, als ob man... Keine Ahnung. Vor der... Irgendwas macht, bevor die Ehe ist... Nein, 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 es ist ein Tag vor dem Namenstag hat er dann Geburtstag, der Martin. Ist ja auch scheiße, irgendwie. Ein bisschen egozentrisch. Aber, okay. Ja, komm, Luther. Ja, das war ein richtig guter Grund. Morgen ist Martins Tag. Morgen ist Martins Tag. Wäre das kein Grund, euren Sohn auf diesen Namen zu taufen? Nee, nicht wirklich. Aber warum sollte die Taufe unbedingt schon morgen sein? Könnte sie nicht auch später stattfinden? Und unser Sohn dann einen anderen Namen tragen als Martin? Nein, das würde alles durcheinander bringen. Ist das wirklich der einzige Grund, der euch dazu einfällt? Dann kommt wieder, wenn ihr einen gefunden habt, der auch mich überzeugt. Vielleicht bist du einfach nur eine Bitch und wir müssen dich nicht überzeugen. Okay, komm, Priester. Können wir nicht einfach die zusammenpacken? Kann der Priester sich nicht einfach mal da hinsetzen und mit dem Reden deinen Job machen und sagen, hey, dein Sohn, wie wärst du ihn einfach nur Bückstück nennen? Vollidiot Bückstück, weißt du? Und dann wissen wir gleich, der kommt in die Mine. Ist doch vollkommen egal. Komm doch mal runter. Ist doch, ich weiß, scheinbar gehören ihm die Mine. Er ist ein sehr wichtiger Mann. Da müssen wir ein bisschen Schleim scheißen, ein bisschen Arsch kriechen und sowas. Aber, oh Gott. Vielleicht ist seine Frau ja hässlich oder sowas. Ist es denn wichtig, Kinder bald nach der Geburt zu taufen? Ist es denn wichtig, Kinder bald nach der Geburt zu taufen? Wenn ihr diese unschuldigen Seelen Satans Klauen entreißen wollt, dann ja. Nur wenn ein Kind getauft wurde, kann es in den Himmel kommen. Und es geschieht ja so oft in den ersten Tagen und Wochen, dass der Herr ein Kind wieder früh zu sich ruft. Weil er voller Liebe ist. Ja, das stimmt schon. Gott ist so voller Liebe, dass er sagt, nee, das Baby nehme ich. Geil, wieder ein Baby Seele. Und Satan, du kannst nur in den Himmel kommen, wenn du getauft wurdest. Und einige werden nachträglich getauft, nach dem Tod. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir machen uns einfach die Regeln, wie wir sie wollen. Außerdem, jetzt wo ich ausgestiegen bin aus der Kirche, wurde ich entauft oder muss ich jetzt in den Himmel kommen? Auch wenn ich vielleicht gar nicht will. Das ist ja ein bisschen blöd. Kann ich mich enttaufen und einfach nur ein paar Tage lang nicht duschen oder so? Aber okay, wir können ja mal gucken. Das Kind hier einfach rein in dieses ekelhafte Becken voller Bakterien und sowas, was schon brodelt, voller Haut der vorherigen Kinder und sowas. Und den Händen dieses Pastpriesters. Und wird reingetaucht. Boah! Und Gott so, ah, jetzt ist das Kind sauber. Jetzt kann das her. Vorher war da ja noch ekliger Vaginaschleim dran. Das wollte ich nun wirklich nicht hier oben haben. Und Satan so, ah Mensch, verdammt, ich wollte Vaginaschleim. Jetzt will ich es nicht mehr. Jetzt ist es sauber. Jetzt riecht das ja voll gut nach Bebe. Und so. So funktioniert das. Okay. Mein Gott, sie läuft hier hin und her. Ihr wollt doch... Wow! Ihr wollt doch nicht, dass euer Kind in die Hölle kommt, oder? Was? Warum? Der Pfarrer sagte mir gerade, falls euer Sohn die nächsten Tage und Wochen nicht überleben sollte und er bis dahin noch nicht getauft ist... What the fuck? ...dann gehört seine Seele dem Teufel. What the fuck? Bei allen Heiligen, ihr habt recht. Das wusste ich gar nicht. Das hatte ich in meiner Freude nicht bedacht. Natürlich. Wir wollen unser Liebeskind doch vor allen bösen Mächten schützen. Also werden wir es gleich morgen und auf den Namen Martin taufen lassen. Habt Dank für euren Waisenrat. Natürlich. Und nehmt als Geschenk diese kleine Figur der Heiligen Anna. So wie sie uns Bergleute vor Steinschlag und Gefahr geschützt hat. So soll Anna, die Mutter Marias, nun auch über euren Wege wachen. Ach so Bullshit. Oh ja, danke Anna. Ich bin nur die Mutter von einem Mädel, das Jesus geboren hat. Hört auf mich hier rein zu ziehen. Ich wollte einfach meine Tochter, die noch sehr jung ist und unerfahren, nicht alleine lassen. Und ich hab einfach nur entbunden, weil ich das von mir kenne. Hallo, könnt ihr mal aufhören. Ich bin noch nicht mal gläubig. Nee, vielen Dank. Du hast dieses Jahr nur 15 Männer vom Steinschlag töten lassen. Alle anderen hast du geschützt. What? Die arme Anna. Ich bin ein Palidrom. Aber das ist faszinierend, wie es die Zukunft, wie das sehr Paralitäten, Parallelogramm, Paralleler hat mit den heutigen Welten. Dieses, sie geht da hin und macht ihnen gerade Angst, so lange bis sie sich bedankt. Ist das nicht ekelhaft? Das passiert heutzutage mit bestimmten Gruppen, links und rechts. Dass sie sagt, du willst doch nicht, dass es an die Hölle kommt. Und das ist Propagandascheiße. Das ist ein gut gemachtes Spiel. Richtig hübsch gezeichnet eigentlich, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ähm, wow. Was für ein Scheiß. Hallo beim Halloween-Video, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Aber, äh, damn. Das war jetzt, du willst doch nicht, dass dein Kind in die Hölle kommt. Das könnte nämlich sterben in den nächsten Tagen. Also, okay. Wie wäre es, wenn du mal nicht mehr an dem Tag, wo mein Sohn geboren wurde, sagst, es könnte sterben. Ja, du hast recht, aber damit versuchen sie dann, Leute in ihrer, deshalb katholische Kirche ist eine der schlimmsten. Ich weiß, die Christen haben das schon auch gesagt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so heftig war in meiner christlichen Aufzucht, dass ich es mitbekommen habe, dass Leute so in die Furcht geritten wurden. Die katholische Kirche ist gut darin. Bück dich jetzt, sonst kommst du nicht in den Himmel. Weißt du, das war auch oft ein Satz, den die katholischen Jungs gehört haben. So, äh, Magdeburg, die Domschule. Warte, wo waren wir vorher? Wie alt ist er jetzt? Sehen wir jetzt. Wir gehen natürlich wieder mit ihr. Scheiß auf, Simon. Oh, wir reden gar nicht mit ihm darüber, dass wir Annas Statue haben, die vollkommen egal ist, die jeder schnitzen könnte. Oh je, jetzt habe ich vor Schreck meinen Federkiel zerbrochen. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Ja, ich hatte doch nur für einen Augenblick nach unten geschaut, um die Abschriften meiner Schüler auf Fehler zu prüfen. Also wie kann es sein, dass ihr so plötzlich vor mir steht? Ich, ähm, ich wollte sie nicht bei der Arbeit stören und tut mir leid wegen ihrer Schreibfeder. Vielleicht kann ich sie ja wieder ganz machen. Ich fürchte, das wird euch nicht mehr gelingen. Aber wenn ihr helft, dann sucht mir doch bitte einen Ersatz für meine Feder, damit ich weiterarbeiten kann. Ähm, okay. Wisst ihr noch einen Nachteil? Es gab damals kein Sonnenschutzmittel. Sondern keine Sonnencreme. Was ist denn mit deinem Gesicht los? Machst du in einem Marvel-Universum mit? Oder was? What the fuck? Da ist eine Feder, ich sehe schon. Aber, ähm, ja, hab ja Glück gehabt. Und wo ist das? Ein Klassenraum? Warum ist hier so viel leer in der Mitte? Nee, ich sitze hier gerne im Dunkeln. Ich habe zwei riesengroße Fenster, an denen ich sitzen könnte, um diese Schriften meiner Kinder, meiner Schüler zu überprüfen. Aber nee, ich mache es lieber hier im Dunkeln. Und daneben habe ich einen Besen. Damit schlage ich mich manchmal selbst. Weil ich so verdammt hässlich bin. Zum Glück gibt es keine Spiegel. What the fuck ist mit seinem Gesicht los? Sind Sie ein Mönch? Sind Sie ein Mönch? Nein, ich habe kein Versprechen abgelegt, nicht wie ein Mönch von der Welt abzukehren. Ich gehöre zu den Brüdern vom gemeinsamen Leben. Wir wollen Gott dienen, indem wir Christus und seine Lehre in den Alltag der Menschen bringen. Dafür schreiben wir etwa die Bibel ab und verbreiten sie. Weshalb man uns auch die Brüder von der Feder nennt. Ja, ganz ehrlich aber, wenigstens Respekt. Heute wird es einfach gedruckt und jeder kriegt eine Bibel hier. Hier, lies. Und dann, öh, nee, danke. Aber damals mussten sie sie abschreiben. Und dann haben sie sie in Büchereien oder sowas gebracht in anderen Dörfern. Und das finde ich schon cool. Es ist zwar immer noch Propagandascheiße, ne? Aber hätten sie es mal mit, haben sie mit anderen Sachen ja bestimmt auch gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die auch mal Kindergeschichten oder sowas abgeschrieben haben und dann an andere Schulen weitergegeben, damit sie dann vorlesen konnten. Und da überlegt mal, ihr wollt nicht in dieser Welt leben, wo ihr dann vielleicht drei Bücher zur Auswahl habt. Und ansonsten, die haben nicht mal Fußball. Die haben dann draußen irgendwelche Spiele. Ach, schon gut. Dieses romantische Denken. Aber er hat kein Versprechen gemacht. Sind wir nicht alle ein bisschen so? Dieses, nee, nee, wir gehören zur Gruppe. Wir wollen uns bloß nicht festlegen. Versteht ihr? Das ist so dieses typische... Ist auch ein bisschen scheiße. Wie soll ich das sagen? Ich meine es nicht böse, aber ihr kennt wahrscheinlich das. Und ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Dass einige Leute dann so mitmachen wollen, aber nicht dafür bezahlen, in Anführungszeichen. Naja. Ist das hier die Magdeburger Domschule. Weißt du, was interessiert mich nicht? Tschüss. Welcher Arbeit wolltet ihr mir denn nicht helfen? Ja, 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 ja. Eine Wachstafel und Griffel. Diesen schmalen Stift aus Eisen stecke ich mal ein. Anscheinend haben die Schüler damals mit der Spitze ihre Texte in so eine Wachstafel gekratzt, wie sie hier liegt. Und mit dem breiten Ende konnte man das Wachs wieder glätten. So war die Tafel wie neu und konnte wieder beschrieben werden. Das nenne ich mal umweltschonend. Naja, heute gibt es das auch. Aber mit elektronischen Tafeln habe ich auch eine. Die sind sehr praktisch, wenn ihr die nicht kennt. Es gibt elektronische, wie soll man sagen, Notiztafeln. Und du brauchst so eine Batterie, das reicht für Jahre. Und das kannst du immer wieder löschen. Das ist super. Wird so viel Papier gespart. Weil sonst habe ich immer alles irgendwie, was ich nicht, dran denken. Auf ein Papier und das Papier ist dann weg. Oder eine Tafel habe ich natürlich. Eine abwischbare Tafel ist aber auch blöd. Und das ist einfach super dafür. Also, oder wenn ihr irgendwas kurz auflisten wollt oder sowas. Oder zählen. Mega gut. Aber guck mal, sowas zu lernen, finde ich auch interessant. Also ich finde das Prinzip von Lernsoftware auch nicht schlimm. Hatten wir auch. Es gibt zum Beispiel viele, wo man Buchstaben lernt und Rechnen und so weiter. Und auch sowas wie menschliche Interaktion, finde ich mega gut zu lernen. Dass man den Kindern beibringt, hey, teilt oder sowas. Alles reicht gut. Aber wenn es dann um Dreck geht, um Bullshit, das ist was anderes. Würden sie einfach nur Luther, da gibt es sowas. Also so, wie wenn ich durch ein Museum gehe und was lerne. Und dann gibt es sowas wie, so haben sie damals gelernt. Oh, interessant, finde ich sehr cool. Und dann gibt es sowas. Es heißt, die Hexe im Wald. Dann weiß ich, dann ist ein Unterschied, ob sie sagen, es gab eine Hexe im Wald. Oder sie hatten das Märchen von der Hexe im Wald. Versteht ihr, was ich meine? Nein, es gibt eine Annahme und es gibt ein, weil den Weihnachtsmann gibt es auch nicht. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so, es tut mir leid, dass ihr es so rausfinden musstet. Aber es ist so ein bisschen, wenn jemand sagen würde, der, jemand würde ein Spiel über einen Weihnachtsmann machen und zu tun, als würde es mit dem Weihnachtsmann wirklich geben. Würden wir auch so ein bisschen, ne? Ein bisschen, hm. In diesem Aschehaufen steckt irgendwas Funkelndes. Aber in der Ausbildung haben wir gelernt, dass man beim Ausgraben Fundstücke nicht einfach rausziehen soll. Es ist immer besser, die Umgebung erst Schicht für Schicht abzutragen. Sonst hat man am Ende von seinem Fund nur Stücke in der Hand. Wenn ich jetzt doch nur einen Pinsel oder einen Besen hätte. Aber sie ist scheinbar eine Archäologin. Warum hat sie mit Luther zu tun? Wie kommt denn eine Hühnerfeder in ein Klassenzimmer? Ach, ihr glaubt nicht, was das hier im Unterricht immer für ein Gegacker, Gegore und Geflatter ist. Ständig lassen meine Schüler Fenster und Türen auf und füttern die Tauben und Hühner, die hereinkommen, auch noch. Wie soll ich denn so meine Schüler etwas leeren? Ja, ohne Stühle und Tische. Ja, wenigstens haben sie einen Ofen. Muss bestunken haben, aber, weißt du? Kevin, geh und wirf noch ein Stück Holz in den Ofen. Wir frieren uns hier die Eier ab. So, weißt du, so ein bisschen. Hühnerfeder. Nein, ich möchte die Feder doch nicht schmutzig machen. Sie ist doch schon schmutzig, sie ist braun. Die Taubenfeder ist weiß und rein. Autsch. Da ist wohl mal eine Taube gegen das Fenster geflogen. Wo das Glas zerbrochen ist, hängt noch eine weiße Feder von ihr. Dumme Taube. Aber leider komme ich nicht mal auf Zehenspitzen an sie ran. Doch. Auch ohne Zehenspitzen kommst du ran. Dann nimm den Griffel. Da fehlt immer noch ein Stück. Wenn ich die Taubenfeder herunterholen will, brauche ich dafür einen längeren Gegenstand. Okay, dann nimm die Birkenrute. Darf ich sie nehmen? Bevor ich diesen Besen mitnehme, sollte ich erst um Erlaubnis fragen. Nein, zeig einfach deinen Titten, dann sagt er ja. Könnte ich mal kurz ihren Besen ausleihen? Könnte ich mal kurz ihren Besen ausleihen? Besen? Was für einen Besen? Na, der da, der neben Ihnen an der Wand steht. Ach, ihr meint meine Birkenrute. Die könnt ihr gerne haben. Ich brauche sie nur morgen für den Unterricht zurück, wenn einer meiner Schüler wieder Schläge verdient hat. Ja, jetzt kommt, ja, jetzt ist die Frage, ich habe das vorhin ein bisschen so, ich habe nicht gedacht, dass sie es ansprechen. Jetzt ist die Frage, wie sie damit umgehen, natürlich, ne? Sagen sie jetzt, das war scheiße oder sagen sie jetzt, nö, sollte heutzutage auch noch so sein? Sind ihre Schüler denn sehr frech? Sie spricht das gar nicht an. Die nimmt das einfach so hin. Aber sie ist ja auch eine Historikerin, also vielleicht sagt sie sich, ja klar, ich darf in die, ich darf in die Zeitreise einfach Sachen klauen und in die Geschichte eingreifen. Aber ich verstehe natürlich, dass es damals anders war. Das heißt, wenn ich jetzt hier missbraucht werde und gesteinigt, dann ist das okay. Seid ihr Schüler denn sehr frech? Sind ihre Schüler denn sehr frech? Allerdings, früher zu unserer Zeit, da war das noch ganz anders. Ist es denn zu viel verlangt, still zu sitzen und nur das nachzusprechen, was ich sage? So oft, bis meine Schüler es auswendig können? Und wenn sie etwas abschreiben auf ihren Wachstafeln, dann hilft es nur, ihnen mit der Rute auf die Finger zu klopfen, damit sie Fehler nicht noch ein zweites Mal machen. Wir spricht wieder nicht. Sie sagt einfach, ja, ja, stimmt schon. Ja, so habe ich es auch am besten gelernt. Also, an der Uni. Da kam er dann, hat mich, hat so lange auf mich eingeschlagen, bis ich an dich gelernt habe. So funktionieren Hirne. Heißt einer ihrer Schüler zufälliger Martin Luther? Heißt einer ihrer Schüler zufällig Martin Luther? Oh ja, er ist einer meiner besten Zöglinge. Seht ihr diese musterhafte Abschrift einer Bibelseite auf Papier, die hier vor mir auf dem Pult liegt? Die stammt von dem jungen Luther. Und ich sage euch, er wird es bestimmt noch weit bringen mit seinem Fleiß. Herr Streber. Aber nicht schafft er es sogar, mal eine Universität zu besuchen. Boah, eine Universität. Oh mein Gott. Weißt du, in ein paar hundert Jahren darf jeder Depp dahin. Hauptsache, du hast genug Geld. Oh, warte. Warte, Luthers Reform hat überhaupt nichts gebracht. Lull. Da haben wir einfach mal ein paar hundert Jahre später für alle frei gemacht und nicht nur für die Elite. Warte, die Elite heißt ja jetzt Geld. Lull. Okay. Äh, okay. Tschüss. Welcher Abwollte die? Ja, ich musste doch mit dir reden, damit wir den Besen benutzen können für die Taubenfeder. Damit sollte ich an die Feder rankommen. Da mach. Noch ein Stück nach links und ich hab sie. Schön. Und jetzt kannst du den Besen benutzen. Hierfür. Das ist ein Allrounder Besen. So einen brauchen wir alle. Oh, Sound von kehrender Besen. Finde ich gut. Also einige Schüler sind vielleicht taub. Ah, ich weiß also, was in der Asche versteckt war. Eine Glasscherbe. Ja, greif ran. Nimm sie. Die Kanten dieser Glasscherbe sind viel zu scharf, um sie aufzuheben und mitzunehmen. Oh, haben sie mitgedacht. Ne, ich hab gerade überlegt. Entweder, weil sie den Sound ausgemacht haben, weil an den Schulen das halt am Computern gespielt wird oder sowas. Oder halt die katholischen Leute nehmen auch sehr gerne taube Menschen auf, weil die können ja noch lesen. Und, äh, trotzdem die Lehre von Gott weiterbringen. Du musst Wasser im Wald tausch geben, Baby tot. Keine Ahnung. Und dabei habt ihr euch gerade vorgestellt, ich mache Gebärdensprache natürlich, ne? So, dann nehmen wir jetzt die Hühnerfilter mit der Glasscherbe. Nein? Griffel mit der Glasscherbe. Äh, Birkenrute mit der Glasscherbe. Taubenfeder mit der Glasscherbe. Nein. An den Schafen kann, kann ich die... Ah, okay, sie lässt die... Entschuldigung, ich dachte, ich hätte falsch. Nö, okay. Hä? Du hast die Scherbe hier drin gelassen. Warum ist überhaupt eine Glasscherbe da? Von dem Fenster? So weit? Boah, ey, das ist ja Fallen Destination hier. Okay, dann machen wir mal Griffel hier ran. Muss ich hier nochmal? Wofür brauche ich denn die fucking... Griffel auch nochmal? Achso, nee, warte mal, das ist glaube ich alles, was er wollte, oder? Er wollte einfach nur eine neue Feder. Schön und gut, hier, bitteschön. Ich muss ja zugeben, dass ich erst dachte, ihr wärt der Unterwelt entstiegen. So plötzlich, wie ihr vor mir standet. Doch anscheinend hat euch doch der Himmel geschickt. Nee, so wie sie aussieht. Dank für diesen schönen Federkiel. Na, okay, wir haben Steinhaus. Ihr bestimmt bessere Dienste leisten als sein Vorgänger. Aber damit ihr nicht mit leeren Händen geht, sagt mir bitte, gibt es vielleicht etwas, das ich euch als Dank geben könnte? Den Martin? Das war eben Witz, den ich machen wollte, aber er hat geredet. Der Steinhaus jetzt sollte nicht mit Glas werfen, weißt du? Das passt jetzt einfach so gut und zwar so clever, aber es ist nicht lustig. Aber ich wollte es trotzdem sagen, weil es so clever war. Könnte ich vielleicht die Handschrift haben, die Luther angefertigt hat? Ich würde ja gerne Birkenrute mitnehmen. Nein, wir wollen ja Luther. Was ist das für eine seltsame Ausweite? Die Luther angefertigt hat? Hm. Das Abschreiben der Bibelseite war eigentlich nur als eine Übung für den Unterricht gedacht. Aber warum sollte ich der einzige Leser dieser Gottesworte bleiben, wenn sie durch euch auch andere Menschen erreichen könnten? Oh ja, ein kleines Kind hat irgendwas abgekrakelt. Irgendwas, was der Lehrer eben mit Birken, wie war denn das? Hat die ganze Zeit auf ihn eingesprochen. Er hat es aufgeschrieben, irgendeinen Bibelfers, den sie seit hunderten von Jahren wiederholen. Und wenn er es nicht richtig geschrieben hat, hat er es auf die Finger bekommen. Und das haben wir jetzt mitgenommen und können es jetzt der modernen Welt zeigen und sagen, guck mal, das hat ein kleiner Junge geschrieben. Weißt du, es ist genauso wie, das hat mein Sohn gemalt. Das ist uns so egal. Das ist so egal. Okay, Erfurt, Studentenzimmer. Wir werden Martin wahrscheinlich niemals sehen. Wir gehen nochmal hin, nochmal mit ihr. Oh, ist schön, dass wir Simon überhaupt nicht mehr mitbekommen müssen. Ach. Bild der, oh, jetzt lernen wir noch was. Was ist, wenn Martin jetzt hier gerade irgendwie, oh, hier ist wieder eine Maus. Ist das irgendwas? Ist das unser Professor? Zweimal schon eine Maus. Ist Martin eine Maus? Irgendwas mit Sternzeichen, Ratte oder so? Eine Frau mit Krone und Schwert. Und das im Mittelalter. Und darunter steht Rhetoriker. Was soll denn das bedeuten? Simon? Rhetorik ist doch die Kunst, andere durch Reden zu überzeugen. Und ich habe mal gelesen, dass Rhetorik damals über allen anderen Künsten stand. Vielleicht ist sie deshalb auf dem Bild als Königin dargestellt. Hm. Genau. Das muss ja irgendwie die Religion sein. Das steht über allem anderen. Also, jemanden davon überzeugen, dass du recht hast. Ist nur ein Regal. Ist nur ein Regal. Oh, wir haben gerade was gelernt. Wir haben gerade was gelernt. Und ich wollte jetzt sagen, damit hören wir jetzt auf. Weil das war interessant, die beiden Sachen. Aber wir müssen natürlich aufhören mit dem Nachttopf. In diesem Nachttopf liegt ein Schlüssel. Oh Mann. Ich kann echt nicht glauben, dass ich das jetzt mache. Äh, warum? Was? So viele Fragen. Uff. Zum Glück war der Nachttopf schon leer. Wahrscheinlich wurde der Inhalt am Morgen aus dem Fenster gekippt. Wie das die Leute im Mittelalter doch gerne gemacht haben. Egal, ob gerade jemand unter dem Fenster stand. Asozial, würde ich mal sagen. Iiiiih. Das heißt, aber er wurde nicht ausgewaschen. Ich weiß, Trinkwasser und sowas war damals ein Problem. Ähm, ne? Wir verstehen gar nicht, dass damals Wasser... Die hatten nur ein paar Liter Wasser pro Tag. Insgesamt oder sowas für sich. Zum Kochen und alles. Weil es halt abgekocht werden musste. Und aus einem sauberen Brunnen oder sowas... Damals sind sowieso so viele gestorben. Einfach nur, wenn das Wasser nicht so sauber war. Wir sind ganz schön verwöhnt heutzutage. Aber man kann doch einfach einen Nachttopf mal so auswaschen. Aber nö. Das muss so gerochen haben in diesem Raum mit mehreren Studenten. Uuuh. Okay. Außerdem könnte man zum Pinkeln nicht raus... Also, ich will gar nicht drüber nachdenken eigentlich. Aber wenn man zum Pinkeln, dann könnte man ja einfach kurz raus. Irgendwie in den Vorgarten oder sowas. Aber, naja, okay. Er hätte nicht gedacht, dass Erfurt im Mittelalter schon so groß war. Siehst du überhaupt was? Ja, wir gucken mal, ob da jetzt unser Professor drin ist. Wieso hat er das überhaupt den Schlüssel da reingeworfen? Hat er ihn gegessen? Schade. In der Truhe lag nur eine Laute. Was ist hier nur? Dieses Instrument könnte Luther gehören. Im Seminar haben wir gelernt, dass er sehr musikalisch war. Schon als Schüler ist Luther mit Freunden durch die Stadt gezogen, um bei reichen Leuten für ein Lied Essen zu erbetteln. Und jetzt rate mal, was Luther auf einem Bild in der Hand hält, als er mit seiner Familie Musik gemacht hat. Eine Laute? Richtig. Das wäre eine Sensation für die Ausstellung. Also los. Wer ist? Deck die Laute ein und komm zurück. Das will ich nicht. Wir können die Laute doch nicht einfach klauen. Klauen hört sich so böse an. Ich will doch nur, dass unsere Ausstellung möglichst gut wird. Wenn dann mehr Besucher kommen und etwas über Luther erfahren, dann wäre das doch auch in seinem Sinne. Nein. Ich finde das falsch. Und wir wissen doch auch gar nicht, ob die Laute überhaupt Luther gehört oder nicht jemand anders. Hm. Na gut. Dann finden wir diesmal wohl nichts für die Ausstellung. Vielleicht haben wir ja bei der nächsten Station mehr Glück. Wer seid ihr? Ah. Und was habt ihr hier zu suchen? Jumpscare. Ist das Luther? Luther und Clara machen jetzt ein Kind. Jetzt geht's ab hier. Ich frage mich, wie es andersrum gewesen wäre. Ob Clara dann rumgemeckert hätte aus dem Keller. Ob wir wieder diese Frau haben, die wieder moralisch viel weiter ist als ein Mann. Außerdem, das macht überhaupt keinen Sinn. Hier ist Luthers Laute. Oh, wow. Das ist ein bisschen so wie, wenn Leute einen Star total glorifizieren und so was und verherrlichen. Nicht verherrlichen, wie heißt das? Auf jeden Fall total lieben. Und du denkst, das interessiert mich nicht. Und die wissen alles darüber. Und das ist jetzt auch so. Oh, Luther. Oh, das ist ein Luther. Luther hatte Laute. Oh, Luthers Laute. Oh, ich weiß, wann er geboren wurde. Und mir doch, ist doch vollkommen egal. Das ist einfach erklärt. Ich studiere hier. Oder ich hab mich verlaufen. Ich denk mal nämlich, dass ein Junge, ich denk mal nicht, dass eine Frau hier studieren durfte. Wollen wir es ausprobieren? Ich glaube, Frauen durften damals hier nicht ran. Das ist einfach erklärt. Ich studiere an dieser Universität. So, so. Ich wüsste nicht, dass Frauen hier zugelassen sind. Ah, ich hab recht. Falls ihr die Wahrheit sprecht, müsstet ihr Wissen haben, welches nur uns Studenten bekannt ist. Wo ist die Toilette? Der Schlüssel zur Truhe ist im Nachttopf versteckt. Das ist gut. Ich studiere Musik. Jetzt versuchen wir, dass er überrascht ist. Weißt du, Luther wird dann der Erste. So, ich verstehe das total gut. Ich bin auch Feminist. Ich studiere Musik zusammen mit Martin Luther. Ich studiere Musik zusammen mit Martin Luther. Oh, ihr kennt meinen besten Freund. Uh, jetzt geht's los. Er hat so acht, dass ihr euch viel von ihm abschaut. Er ist nicht nur in der Musik sehr gelehrt, sondern auch ein großer Philosoph. Wie oft hat er uns abends erst auf seiner Laute unterhalten und dann bis in die Nacht durch seine Redekunst. Mit seinem Mund. Wenn er erst seinen Abschluss in den sieben freien Künsten hat, wird er bestimmt ein Rechtsgelehrter. So will es ja auch sein Vater. Was laberst du mich hier voll? Habt ihr einen Boner? Seid ihr Simp für Martin Luther? Was ist das denn hier? Oh, er ist mein bester Freund. Und abends, da schwingen wir uns hin und her. Da spielt er uns was mit seiner Laute und wir denken nur so, geil. Luther, du kannst uns alle haben. Und er, oh ja, mein Mund ist besonders gut. Und dann labert er uns voll in den Schlaf. Und wir denken nur so, oh ja, bitte erzähl weiter. Oh, wir können gut schlafen. Ich werde jetzt sehr gut träumen. Am liebsten würden wir ihn alle nehmen, aber wir wissen erst, er vergeben. Ich wusste nicht, dass eine Frau hier zugelassen wird. Ich studiere mit Martin Luther und deshalb bin ich jetzt hier. Würde man jetzt nicht annehmen, dass Martin Luther mit ihr was hat? Okay. Jetzt fällt mir wieder ein, ich sollte Martin Luther seine Laute bringen. Was sind denn nochmal diese sieben freien Künste? Nein. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich sollte Martin seine Laute bringen. Gut gerettet. Da müsst ihr ihn wohl falsch verstanden haben. Martin würde sein Instrument nie einem anderen anvertrauen. Wenn ihr das Gegenteil behauptet, frage ich mich, ob ihr meinen Freund wirklich so gut kennt, wie ihr es vorgebt. Oh nee, wir müssen es fragen. Oh nein. Ach, wir wollen nicht noch was lernen, oder? Nee. Ich würde mal sagen, das war Horror genug. Klarer bleibt jetzt dafür immer hängen und der beste Freund wird voll eifersüchtig und dann kommt raus so klarer, ich habe und kannst mitmachen und dann kommt klarer zwischen die beiden. Das wird super dramatisch. Das ist so eine Daily Soap-Mäßig, Trash-TV-Mäßig Sache. Abends wird auf Klaras Laute gespielt und ist heftig. Also, es ist viel mit Open, also viele öffnen sich. Es kommen viele besondere Twists raus und so weiter. Ganz wichtig wird hier der Mitspieler, der hier noch links liegt. Das denkt man am Anfang gar nicht. Der ist da einfach und schunkelt mit beim Laute-Spiel. Aber dann später kommt raus, der ist sehr wichtig für den Hintergrund. Und Clara, immer wenn Simon sich dann meldet und sagt, hey, ich verhungere hier gerade, die Tür geht nicht mehr auf. Und dann macht sie leiser und sagt so, hey, die Laute ist gerade zu laut. Und ja, und dann wird auf der Fiddle von Luther gespielt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Martin-Tag. Nee, wann wurde der geboren? Im November. Ist ja bald. Ich glaube, das war November, oder? Anfang November. Aber dann hat er kurz vor seinem Geburtstag die Reformation gemacht. Da hat er ja keinen Bock mehr. Er hat gesagt, weißt du, ich werde langsam zu alt für den Scheiß. Jetzt tacke ich einfach meine Reformation, die keiner irgendwie annimmt. Er hat nämlich ganz viele, ja, hingeschrieben, die Reformation. Aber keiner wollte zuhören. Und das kommt auch so ein bisschen wie heutzutage die Jugendleute, ne? Er sagt, hallo, ich habe was zu sagen. Er interessiert uns nicht. Oh mein Gott, dann gehe ich eben und zwinge euch das auf. Und er hat es, aber dann wiederum, er hat es halt, ja, er hat es einfach nur an die Wand getackert und alle dann plötzlich so, oh, warte mal, können wir lesen? Und auch interessant. Umsonst ist umsonst, ne? Und deshalb, ich bin Luther-Fan, weil auch wenn er im Grunde scheiße labert, wegen Katholischer und sowas, ist sein Ansporn gut gewesen. Und dass er die normalen Menschen auch retten wollte, bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Aber, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich wünsche euch, dass ihr auch eine Reformation habt, im guten Sinne. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken, während ihr, äh, während wir alle simpen für den Martin. Ähm, denkt immer dran, wenn euer Name entweder Simon ist, das tut mir leid, oder, weil so werdet ihr repräsentiert, oder nur eine Silbe hat. Tja, das ist zu kurz. Das ist einfach, da solltet ihr euch mal bei euren Eltern beschweren. Äh, übrigens, ihr kommt alle in die Hölle. Gut, dann haben wir das auch hinter uns. Ich wünsche euch was. Ich habe, äh, vielen Dank fürs so lange durchhalten, wenn ihr das bisher angeguckt habt. Ihr könnt das Spiel auch gerne selbst noch spielen. Scheinbar gibt es noch sehr viel zu lernen. Also, wenn ihr jetzt so denkt, boah, ey, nee, nicht aufhören, ist gerade so spannend. Martin Luther auf der Spur. Und, äh, ich, ja. Ich, 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 vielleicht, wer weiß, manchmal hat man halt nichts zu tun. Oder ist irgendwo im Keller eingesperrt und hat nur Zugang zu dieser einen Seite. Soll ja passieren. Viel Spaß und, äh, vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao. 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 Vielen Dank.